Meine Damen und Herren, also ich bin der Herr Specht, Reiseleiter bei der Firma Heidegger seit praktisch über 35 Jahren. Es ist immer eine Freude, selbstverständlich, Reiseleitungen durch Frankreich zu machen, weil ich sehr stark an Frankreich hänge. Ich finde, Frankreich ist ein schönes Land, ist ein vielseitiges Land und ein Land, das es verdient, gezeigt zu werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017